Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder den zweiten Part von Outlast und wir haben letztens diese Schlüsselkarte gefunden und es war schon ein bisschen gruselig, aber ich glaube in diesem Part wird es noch gruseliger. Ich glaube wir müssen jetzt in den Keller rein, aber ich bin mir nicht sicher, was die nächste Mission ist. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Wenn euch das Video schon mal gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch, ihr könnt mich auch kurz noch abonnieren. Ohne viel zu reden, fahren wir sofort an. So, hier sind wir jetzt stehen geblieben. Ich glaube ich verstecke mich einfach. Ich glaube ich auch verstecken. Ich nehme mir das Ganze trotzdem auf. Er riecht einfach an mir so. Was ist mit dem? Nein, ich bin nicht... Will er auch mal jetzt gehen oder bleibt er jetzt so 10 Stunden gefühlt da? Er geht noch lauter bitte. Ich höre ihn immer noch. Ich guck jetzt kann ich raus. Er macht die Tür noch lauter auf bitte. Ich gehe einfach hier durch. Und so sehe ich auch nichts. Ach, hier fahren wir schon. Was ist das so laut? Ich glaube ich muss jetzt in den Keller rein. Boah, nee, Alter. Hier sieht man nachher meinen Schatten. Alles klar. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Man sieht da nichts. Boah, diese Musik, Alter. Wir machen weiter. Gehen wir mal hier durch. Hier geht es noch positiver. Während du dich offen hinlässt, zu bewegen. Ja, das ist ja nichts. Alter, niemals. Niemals, Junge. Niemals. Dein Futter ist da, Junge. Ey, Junge, niemals, Alter. Ich will einfach nicht. Ich will einfach nicht. Ich will nicht, Mann. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Was für Gaspumpen. Hier ist ein Raum. Jetzt haben wir die Batterie. Lieben wir, Junge. So. Wow, Alter. Kommt der jetzt? Kommt der jetzt? Mach mal die Tür zu. Rein, schnell, Junge. Ich glaube, das war jetzt die erste Gaspumpe oder so. Warte, bitte. Noch lauter, bitte. Kommt der überhaupt? Ich glaube, der kommt gar nicht. Hallo? Hallo? Ich hoffe, der schließt jetzt nicht einfach genau meinen schließt noch auf. Boah, diese Musik, ne? Halt mal bitte noch lauter, bitte. Noch dicke. Ich weiß gar nicht, wann er weg ist. Warum weht die Musik noch lauter? Und mein Atmen auch. Ich geh jetzt einfach raus. Niemals, niemals, niemals. Niemals gehe ich da raus. Niemals. Der wartet so auf mich. Niemals, Alter. Wie im Nächster? Man hört ihn auch nicht, wegen meinem lautes Atmen. Die Musik wird immer noch lauter. Ich glaube, ich verbringe hier die ganze Folge. Kann ich jetzt einfach bitte raus? Ich geh jetzt einfach raus, Mann. Wer bist du? Wer bist du? Komm noch. Komm. Komm noch. Komm. Retter. Rettet. 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 Fisch dich. Ich muß dich. Fisch. Fisch dich. Fisch dich. Fisch dich. Fisch dich, Junge. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, Alter. Was war das? Als ob ich jetzt da rausgehe, Alter. Niemals. Ich wusste nicht mal, dass ich die Taste genutzt halten muss. Bitte hör auf zu atmen, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht, der hat mich. Der hat mich, ich schwöre, der hat mich. Oh, ich habe Gänsehaut, ich schwöre es dir. Ey, ich komme hier nicht raus. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich hier nicht rauskomme. Der wartet gefühlt die ganze Zeit vor der Tür. Ich schaff das niemals, niemals. Hör auf mit der Musik, Mann. Hör auf. Der steht da die ganze Zeit, ne? Wohin geht der jetzt? Okay, 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 okay. Ich glaube, der kommt nicht hin. Boah, was an die ***, Digga. Hier ist noch eine Pumpe, lieben wir. So. Gar nicht. Großelig ist das Spiel oder so. Gar nicht. Ich habe mir heute nur gefühlt zehn Mal in die Hosen geschissen. Ey, die Folge davor war ja gar nichts. Ich hatte wirklich Gänsehaut, Mann. Nein, ne? Nein. Nein. Boah, ich dachte schon. Warum macht ihr solche Geräusche? Ist das dumm oder so? Muss jetzt irgendwie rennen oder so. Hör auf zu atmen, Junge. Bitte. Rennen. Einfach nur rennen. Komm. einfach nur rennen, mein bester. Komm. Bitte nicht. Nein. Ich habe dich gar nicht gesehen. Wie hat er mich gesehen? Wie hat er mich gesehen? Boah, bitte nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich schwöre. Er sagt auch noch Piepen, Mann. Was für Piepen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, ne? Aha, Batterie. Abgeschlossen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Bitte atme nicht, Mann. Bitte atme nicht, Mann. Hör mal auf. Aha. Ist das der Hauptschalter? Ist das der Hauptschalter? Ich glaub schon, ne? Wann ich mich hier verschic... Aha. Abo, 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 abo. Niemals, Junge, niemals. Ich glaub, jetzt haben wir alles. Ich hoffe, war zwei Pumpen. Und ich glaub, das war der Hauptschalter. Ich glaub, ich bin noch nie so weit gekommen, ne? Bei diesem Spiel. Ey, ich hab mich noch nie so erschrocken, Alter. Macht die Kamera was Als auf einmal ist die Musik lauter geworden Ich hatte nur noch Schiss Ich hab ihn gar nicht gesehen Hi Boah, schon der Gänsehaut einfach nur Biss ich jetzt Wieder ein Geist Ja, geh jetzt weg Ich muss jetzt einfach rennen und diesen Knopf drücken Und das war's dann Wo lang jetzt, das weiß ich nicht Hallo da Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht, bitte nicht Warum ist der genau da? Ich hab ich Boah, Junge Ich weiß gar nicht, ob der draußen ist oder nicht Das kann doch nicht sein Was der einfach nur immer What the f*** Niemals 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 Ich geh da nicht raus Warum hab ich mich da verletzt? Hat er da eine Falle oder so reingesteckt? Keine Ahnung Ey, niemals Ich komm doch da nicht raus Was kann doch nicht sein, Alter Ich bin einfach nur diesen Knopf da drücken Mehr nicht Einfach nur danach abhauen, ey Ich hab keine Lust mehr auf diesen Keller Warum spiel ich sowas auch mitten in der Nacht? Hör auf zu atmen Ich geh jetzt einfach durch Hallo da Hat er mich? Hat er mich? Hat er mich? Ich komm doch nicht raus Nein, Alter Ey, Ölüum die ganze Zeit, ne? Ich lehme seit 20 Minuten auf Ich komm nicht raus Wow, ich komm nicht raus Ich kann doch auch nicht laufen Einfach nur da hin Lauf einfach, lauf Bitte lauf einfach nur Bitte einfach nur laufen Bitte Bitte, bitte, bitte Bitte einfach nur laufen Sonst wäre ich da immer noch eingesperrt Jetzt muss ich einfach nur in die Mitte Den Knopf drücken und einfach abbauen Bitte, bitte Das kann doch nicht so schwer sein, ey Und das ist auch noch auf normal, ne? Ich will nicht wissen, was bei Alpraum passiert Da kommst du ja gar nicht mehr raus So Oh, ich hab mich noch nie so erschrocken, ey Ich muss einfach nur die Knopf drücken abbauen Komm jetzt einfach nur raus, bitte Geh einfach raus Rennen Rennen Rennen, renn, renn Deine Schnauze, du Musik, Digga Ja, man Ja, man Einfach nur abhauen Einfach nur abhauen Ja, man Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft, ja oder nein? Weil das hat gerade gespeichert Hier wird es vom Sicherheitsterminal zurück Oh nein War der hier? Ja Okay Let's go What is this? What is this? Info? What the fuck is this? Das ist die Was ist das? Und jetzt bin ich eingeschlafen Okay Dann würde ich sagen Das war's für diese Folge Wenn euch das wieder gefallen hat Dann gebt mir den Daumen hoch Ihr könnt mich vergessen Zu abonnieren Ey, ich hatte noch nie So einen Schreck Überhaupt In meinem Leben, glaube ich Der Typ wollte einfach nur nicht gehen Wir brauchten gefühlt 30 Minuten Um Diesen Raum mal zu verlassen Aber ich bin gespannt Was noch passieren wird Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Ciao Ich bin froh Ich bin froh Ich bin froh